Aus dem Zyklus Street von Amsterdam fahren wir heute von Russland Zentrum zum Harlemerplein. Untertitelung des ZDF-AWCZE Das ist eine große Strecke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Das kann nicht nur ein Metalldetektor aufschlepen, das kann auch ein Hobby sein. Das kann auch ein Hobby sein. Alles kann auch ein Hobby sein, wenn man Geld braucht. Das ist er wieder. Aber es war so vieles. Aber es war so vieles. Der ist so vieles. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020